hey leute was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren unboxing und heute ihr seht es schon gibt es den ersten blister den ersten magitex 16 17 blister dort enthalten sind 25 karten das heißt 5 booster aber die 5er booster das ganze kostet 4,99€ und ihr hört es schon leicht am ton ich nehme heute mit meinem iphone auf und auch die kamera ist hier das iphone oh yeah weil ich befinde mich gerade in der wohnung von meinem bruder und habe es heute leider nicht geschafft ein zweites video von zu hause aufzunehmen und deswegen ja nehme ich heute einfach mal so auf ab morgen gibt es natürlich wieder ganz normale videos mit facecam mit dem ordentlichen ton obwohl der ton hier eigentlich mit dem iphone einigermaßen okay ist sage ich mal das bild passt auch aber wie gesagt gibt es heute leider keine facecam aber ich denke mal das sollte passen weil das produkt ja geil ist ein blister habe ich gerade beim einkaufen gesehen bzw ich habe noch was zum trinken geholt was zum essen und dann habe ich hier den blister liegen sehen und habe ich mir gedacht nehme ich den einfach mal mit 4,99€ kostet das ganze und hierzu gibt es natürlich auch wieder eine limitierte auflage so wie es aussieht ist es moritz hartmann von ingolstadt in gold silber oder bronze und wir hoffen natürlich dass wir moritz hartmann in gold bekommen im multipack gibt es stefan bell okay in der mini sammeldose westergard in der sammeldose didabi und in den ganz normalen kartenpäckchen matsumitz das wissen wir ja schon auf jeden fall geht es dann auch die tage weiter mit den ganz normalen booster unboxings pack and play gegen ben masterful und gegen tilo werde ich auf jeden fall da was aufnehmen die englischen karten werde ich auch unboxen habe ich mir bei tilo gekauft gehabt also da wird es richtig auf euch da kommt halt richtig was auf euch zu ich fange mal an pack das ganze mal aus hier haben wir die fünf booster ich weiß jetzt nicht in welchem booster die limit drin ist ich denke mal im ersten deswegen packen wir den mal weg zur seite und wir fangen an hier mit dem ersten booster map map dates kommen dann natürlich auch wenn ich natürlich euch die sammel mappe gezeigt habe dazu wird es auch noch ein video geben unua bulut von freiburg als allwander salomon kalou hertaner torjäger robert laiperz von ingolstadt nico elveri und jawolski eine klub karte von arminia bielefeld ja aus der zweiten bundesliga karte nummer 403 sehen wir da unten in weiß und die power karten packen wir mal hier daneben und wir kommen wir kommen wir schnappen uns den zweiten booster ich hoffe auf mindestens 1-2 matchwinner karten das wäre auf jeden fall nice julian weigel ich habe mir auch bei tilo ein bundesliga display bestellt um halt ja die serie nicht für halt also für die serie um halt die orakel zu machen und natürlich pack and play habe ich eben schon gesagt und natürlich auch ganz normale booster unboxings vielleicht gibt es ja schon morgen das erste 10er booster unboxing also 10 10er booster mal gucken wie ich lust darauf habe ob ich es zeitlich schaffe julian weigel amiri halilovic lamberts und eine star karte von freiburg julian schuster kapitano 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 julian schuster der dritte booster und das ist wieder eine klub karte was soll denn was solle das team auf die schändler gabar min von mainz den konnte ich letztes mal schon nicht aussprechen kayubi von augsburg naldo sehr geil neuer transfer und die klub karte der kölner karte nummer 335 aber jetzt muss doch mal ein matchwinner kommen hier ok ich wäre zufrieden wenn jetzt kein matchwinner kommt aber dafür bekommen wir moritz hartmann in gold wäre gut ne hier ist schon die limmi was soll das hier ist die limmi packe ich den booster hier mal zur seite leute ihr seht es bzw ich kann euch ja die anderen karten zeigen und hier ist die limmi habe ich ja eben schon gesehen dass es glänzt und limitierte auflage da stand ich habe aber noch nicht erkennen können ob es gold silber oder bronze ist mark batra jung wird waldschmied und philipp hosiner hier haben wir das dfb pokal spiel dortmund union wurde ja ausgelost am dienstag ja oder doch müsste so sein so letzter booster giraum boateng auch noch mal eine nice karte benjamin gorka osako nöte und eine matchwinner karte von mark torrejon torrejon von freiburg schon wieder freiburg die zweite freiburg karte hier auf jeden fall könnt ihr euch schon mal auf morgen freuen da wird es ein weiteres bingo video geben gab es ja schon lange nicht gegen ben master fullen eigentlich wollten wir schon montag raushauen dann hieß es montag wir verschieben es auf mittwoch also ben hatte gesagt hatte mir sonntag geschrieben lass mal bingo doch nicht montag machen sondern mittwoch ich hatte ihm dienstag geschrieben dass man nicht bingo mittwoch machen sondern freitag mal gucken vielleicht kommt morgen oder vielleicht kommt es morgen nicht aber ich denke mal schon das sollte jetzt der endgültige veröffentlichungs gedönse sein das endgültige datum also morgen könnt ihr euch auf bingo freuen und hier kommen wir zur limitierten auflage in gold jawollski gold limi moritz hartmann oh yeah pecklack am start nice also was mir sehr gut gefällt ist hier der schwarze punkt im hintergrund der sieht irgendwie richtig geil aus hier bei den base karten ist der grün 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 überall grün dann hier bei den star karten bei den power karten so bläulich und bei der limi ist da so ein schwarzer punkt im hintergrund sehr sehr nice eine goldene linie haben wir gezogen den blister auf jeden fall bedanke ich mich fürs zuschauen das wird ja das einzige video auf meinem kanal sein mit so einem untergrund ja weil ich werde nicht nochmal hier aufnehmen bei meinem bruder das heißt ich hatte halt nicht geschafft ein zweites video für heute aufzunehmen deswegen habe ich mir gedacht ja film ich einfach mal hier und hab mir einen blister gekauft auf jeden fall bedanke ich mich fürs zuschauen wer noch nicht abonnent ist kann meinen kanal unten kostenlos abonnieren bis zum nächsten mal haut da rein tschüssi Um.